Ich habe die Flaschen umgekippt. Immer kippt mir die Flaschen um. Habt ihr euch schon immer mal ein Auto gewünscht, das ein Aufstelldach hat und das ihr in die Duplexgarage stellen könnt? Und habt ihr euch immer schon mal ein Auto gewünscht, das wahnsinnig schnell über Typ 2 laden kann? Und habt ihr euch schon immer mal ein Auto gewünscht, das auf Knopfdruck die Scheiben verdunkeln kann? Und habt ihr euch immer schon mal ein Auto gewünscht, das im Alltag gut ist, das ihr aber auch als Camper nutzen könnt? Ja, dann seid ihr hier genau richtig, bei Car Maniac. Und was soll ich noch sagen? Abo und Evium. Natürlich, habt ihr euch immer schon mal gewünscht, von einem Glatzkopf Autos präsentiert zu bekommen? Und habt ihr euch immer schon mal gewünscht, gebrauchte Elektroautos und natürlich auch Vorführer und Neuwagen zu finden mit einfach nur einem Klick? Dann schaut vorbei auf Evium, dort findet ihr die natürlich. Und auch einen Kostenvergleichsrechner, nämlich wie teuer ist der Verbrenner im Gegensatz zum Elektroauto? All das findet ihr dort und noch vieles mehr. Also, abonniert den Kanal. Vielen Dank, Ente. An dieser Stelle, gern geschehen, Mann. Wir beschäftigen uns heute mit dem EQT als Marco Polo. Richtig krasses Highlight, wie ich finde. Und dem EQT als generell Basis EQT. Was der so kann, da werden Familien hellhörig. Ich habe tolle, tolle, tolle Features. Wir haben vieles vor. Aber natürlich, nobody's perfect. Deswegen gibt es auch hier Punkte, die ich ansprechen muss, die ihr natürlich wissen müsst für eure Kaufentscheidung. Ihr seid hier genau richtig, was das Thema Elektromobilität ohne rosa-rote Brille angeht. Herzlich willkommen bei Kaminjek. Legen wir los. Ach so, was ich hier ganz vergessen habe, sonst kriege ich wieder auf die Fresse. Wenn ihr einen Mercedes wollt oder auch einen Skoda, dann wendet euch an Autohaus Ebert in Weinheim. Denn das ist der Händler, von dem auch der glatzköpfige Bonze hier seine Karre hat, Mann. Und die sind total nett, die sind voll auf Elektro. Und da könnt ihr auch vielleicht mal dazu sagen, hey, ich komme vom Chris und dann kriegt ihr mal das Auto vielleicht für ein Wochenende. Völlig egal, ob Skoda oder Mercedes. Also, nicht vergessen reinzuschauen. Wie hast du mich genannt? Na, glatzköpfiger Bonze, das was du bist. Herzlich willkommen beim ersten Dreier, den es im Fahrzeug-Präsentationssegment gibt. Und dieser Dreier besteht einmal aus dem Mercedes EQT, dem EQT Marco Polo und natürlich meiner Wenigkeit, der euch diese Autos präsentiert. In dieser wirklich sehr pfiffigen Kulisse hier mit Moos, welches Gras darstellen soll und viel Campingzeug und sowas. Denn das ist heute unter anderem Thema bei dieser ganzen Sache. Denn der EQT soll nicht nur Familie können und Alltag, sondern auch mal, so wie Mercedes sagt, das Kleine entfliehen aus dem Alltag. Und das kann er gut. Aber natürlich müsst ihr wissen, was er dann dabei nicht gut kann, beziehungsweise was ihr mit diesem Auto natürlich nicht kauft. Fangen wir an mit den technischen Spezifikationen, Fahrzeuggröße und so weiter. Das interessiert euch sicherlich auch. Denn primär wird man ja den EQT im Alltag nutzen. Zum Marco Polo kommen wir auch in diesem Video. Deswegen gibt es ja unten die Kapitelmarken, mit deren Hilfe ihr dann einfach dorthin springen könnt, wo ihr wollt. Und es gibt ja viele Camping-Fans, die vielleicht einfach nur wissen wollen, was der so als Feature im Petto hat. So, EQT. Dieses Fahrzeug ist, und das ist eine relativ ungewöhnliche Sache, aber wir kennen das ja schon vom Smart EQ, eine Kooperation zwischen Renault und Mercedes. Das sind ja jetzt zwei Marken, die generell nicht so zusammenpassen, weil Renault ist halt Renault und Mercedes gehört ja in den Premium-Bereich. Und da gab es eine Zusammenarbeit, so Basis Renault Kangoo. Bei Mercedes heißt er natürlich EQT und ist dementsprechend auch, ich sage mal, etwas, ja, eleganter gemacht, was Materialauswahl angeht und so weiter. Und natürlich auch die Optik, die ist ganz typisch Mercedes. Elektro lässt hier jetzt nicht unbedingt grüßen, liegt ja auch daran, dass das die T-Klasse ist und jetzt keine reine Elektro-Konzeption wie EQE oder EQS oder gar der Smart Hashtag One, sondern einfach eine Adaption als Elektroauto vom Verbrenner kommend. Das Einzige, was darauf hindeutet, ist der schwarze Grill, kühler Grill kann man ja nicht mehr sagen, Vorderpaneele nenne ich das, dass es die elektrische Variante ist und die schwarzen Spiegelkappen. Das ist das, was darauf hindeutet. Für wen ist dieses Auto geeignet? Für Menschen mit Familie, die ein Auto wollen, wo sie genügend Platz haben, auch natürlich nach oben, so ein bisschen so für die, der der Kombi nicht ausreicht. Matrix-LED gibt es hier aber zum Beispiel nicht, sondern nur High-Performance-LED. Das bedeutet, du hast einen Fernlichtassistenten, der anschaltet und abschaltet, wenn Gegenverkehr kommt, aber dieses Auskegeln und so gibt es nicht. Da ist diese Funktionalität natürlich der Klasse zum Opfer gefallen, weil das ist eigentlich nicht die Klasse, wo man sowas kriegt. 16 Zoll Felgen sind Serie, zum Preis kommen wir natürlich auch noch. Keine Sorge, das vergesse ich nicht. Optional gibt es noch 17 Zoll, es gibt drei Pakete, die die Selektion vereinfachen sollen. Advanced, Premium und Premium Plus. Und beim Premium Plus sind dann halt so Sachen mit dabei, wie die High-Performance-LEDs oder die 17 Zöller. Aber das guckt ihr euch am besten im Konfigurator an, wenn der Wagen dann kommt in den Konfigurator. Ich habe leider nicht mehr rauskitzeln können als sehr bald. Mehr kann ich euch nicht dazu sagen. Ob das jetzt noch dieses Jahr ist oder nicht, weiß ich leider auch nicht. Wir haben hier ein Schiebetüren-Konzept. Das alleine zeigt ja schon, das ist so ein bisschen so, wie hieß der Citroën, den wir gemacht haben? Der Berlingo. Das ist ja auch so für die Leute, die aber ein bisschen mehr Geld übrig haben fürs Auto und vielleicht so sagen, okay, ich brauche so ein zweckdienliches Auto, was jetzt natürlich nicht mega emotional ist, aber dafür zweckdienlich. Aber trotzdem halt ein Mercedes, die sich darüber freuen, dass es halt ein Mercedes ist. Gut, technische Daten. Fahrzeug, Unterboden, beherbergt natürlich den Akku, ist klar. Wir haben hier die Fahrzeuglänge 1. Fahrzeuglänge 2 hat der Marco Polo, weil der ein bisschen mehr Platz braucht. Das bedeutet 4,50 Meter in der Länge bei diesem hier und 4,90 Meter bei dem, dazu kommen wir dann später, im Radstand differieren sie in 20 Zentimetern Unterschied. Das mal dazu. Mit 4,50 Meter ist er doch schon sehr kompakt, muss man sagen. Ja, also das ist so ein bisschen über ID.3 Größe, aber dafür unter ID.4 und Co. Und 45 Kilowattstunden hat der Akku netto. Das ist eine ziemlich untypische Batteriegröße für Mercedes, weil was kennen wir von Mercedes? Wir kennen den EQA, EQB, EQE, EQS und so und kein einziges Auto kommt mit einer so kleinen Batterie daher. Ich hätte mir hier an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen Auswahl gewünscht. Es gibt nur den EQT 200, so wie er hier steht, mit dieser Batteriegröße, mit dieser Motorleistung, weil natürlich bei 286 Kilometern WLTP wissen wir, in Realität ist das noch weniger. Bei diesem Fahrzeugaufbau, das wird jetzt kein Effizienzmonster sein, darauf ist es auch nicht ausgelegt, sondern eher so auf den urbanen Gebrauch. Heißt, ich fahre das Kind morgens in den Kindergarten, in die Schule, natürlich elektrisch. Kann dann halt, Thema, ich fahre nur vier Kilometer mit kaltem Verbrennungsmotor, ist passé. Du fährst hier rein elektrisch und das ist auf jeden Fall schon mal viel besser. Aber wer jetzt sagt, ich kaufe dieses Auto als Hauptfahrzeug, der klingt meiner Meinung nach so 600, 700 Kilometer Strecken. Ich weiß, es gibt immer die, die sagen, der Weg ist das Ziel, das ist doch ein tolles Abenteuer. Nein, ist es nicht. Also 700 Kilometer mit Familie an Bord sind kein tolles Abenteuer, wenn man nur 45 Kilowattstunden netto Akku zur Verfügung hat. Also das reduziert sich tatsächlich darauf, meinetwegen so, auch wenn es krass klingt, aber viele machen das dann so. Als Zweitwagen, als Hauptwagen haben sie ein Elektro mit einem größeren Akku oder so oder gar noch einen Verbrenner und der Zweitwagen ist dann der hier, der halt so für die Alltagsgeschichten dient. Aber wenn wir jetzt mal von so 22 Kilowattstunden Verbrauch ausgehen, ja, bei den heutigen Preisen auch noch, wo die Ladeanbieter anziehen, aber Preise sind jetzt eher sekundär, sondern mehr die Reichweite, dann haben wir ja, wenn wir 22 Kilowattstunden verbrauchen, nur 200 Kilometer Reichweite. Das klingt echt wenig und ist es ja letzten Endes auch. Im urbanen Bereich schaut es da schon anders aus, der wird nicht ineffizient sein, allerdings gibt es, und das ist leider ein Minus auf der Liste, sogar ein größeres als die Akkugröße, weil mit der Akkugröße kannst du leben, darauf lässt du dich ja ein, deswegen kaufst du ihn, ja, du weißt das ja schon vorher, aber er hat keine Wärmepumpe. Hat der EQS auch nicht, das wird nachgeliefert bei Mercedes, bei EQS und EQE, allerdings weiß ich nicht, ob das bei dem hier der Fall ist, aber ich merke es an meinem, der sonst sehr effizient fährt, trotz seiner enormen Leistung, der EQS 580, ab 10 Grad abwärts wird er richtig ineffizient. Und das liegt halt einfach daran, dass er keine Wärmepumpe hat. Und alles, was ich heize, mache ich über den elektrischen Zuheizer und ziehe das aus dem Hochvolt-Akku, anstatt dass eine Wärmepumpe diese Geschichte übernimmt. Und das kann dann natürlich in noch weniger Reichweite resultieren, ist jetzt innerstädtisch nicht so schlimm, weil ob du jetzt 200 Kilometer schaffst oder 170, macht er auch nicht den Braten fett, aber auf der Langstrecke wird er schon ein bisschen problematisch. Wenn wir hier schon vorne stehen, hier ist der Motor, also ein Vorderradantrieb mit einem Motor vorne, dementsprechend haben wir keinen Frunk, also keinen zusätzlichen Kofferraum. Der Motor leistet 90 kW, was 122 PS sind. Für diese Klasse, für diesen Zweck vollkommen okay. Ihr wisst, normalerweise würde ich sagen, was, überhaupt nicht genug, aber absolut ausreichend für den Zweck, für den dieses Auto eingesetzt wird. 134 kmh, wohlgemerkt nicht 135, nicht 133, schafft der Wagen in der Höchstgeschwindigkeit auch eine kritische Sache unter normalen Umständen. Aber wie gesagt, mit diesem Auto meidet man eigentlich längere Autobahn-Etappen. Was macht man mit diesem Auto? Man fährt halt, wie gesagt, im Alltag hatten wir ja schon, oder man nimmt dieses Modul dazu, was der hier hat, alternativ zum Marco Polo, nämlich, dass man mit dem auch Camping machen kann, in Anführungsstrichen. Dieses Ausstattungsdetail kann man dann anklicken und dieses Modul, was ich euch gleich im Kofferraum zeige, dazu bestellen. Und dann fährt man halt mal, keine Ahnung, von München nach Garmisch oder so und macht mit der Family irgendwie so einen Wochenendausflug oder was auch immer und kann vor Ort laden und muss nicht 600, 700 Kilometer fahren. Ja, okay, das wissen wir jetzt schon mal. Also jetzt haben wir die technischen Daten, die gelten dann natürlich auch für den Marco Polo, da beziehen wir uns dann rein auf die technischen Sachen. Gehen wir mal zur Seite, bevor wir uns den Wagen von innen angucken. So ist das Schiebetürenkonzept. Nein, es gibt keine elektrische Türaufmachmechanismen hier bei diesem Fahrzeug, wie zum Beispiel beim EQV, also der elektrischen V-Klasse, gibt es nicht. Also der ist dann hier in diesem Fall tatsächlich so per Hand aufzumachen und hat dementsprechend natürlich auch, Vorsicht bitte mit Kindern, keinen Einklemmschutz, weil wenn da eine Hand drin ist, dann, ich spreche aus Erfahrung, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man da die Hand drin hat. Dann gucken wir uns das Heck an. Dieses ist doch schon sehr gefällig vom Design her, wie ich finde. Also mir gefällt er von hinten wesentlich besser als von vorne. Ich finde diese LED-Grafik sehr schön. Ja, und er hat halt, was halt dieser Form zum Opfer fällt, hat man da, finde ich, gut was rausgeholt. Wir haben auch eine relativ amtliche Anhängelast. Angesichts der Tatsache, dass wir hier 90 kW Motorleistung nur haben mit 1,5 Tonnen, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wie findet ihr das? Das ist auf jeden Fall mehr als das, was die ganze MEB-Plattform schafft, trotz allradgetriebener 300 PS Varianten und fast so viel wie das, was Kia EV6 und Hyundai Ioniq 5 oder gar der Genesis GV60 schaffen. Dachlast ist übrigens 80 Kilo. Also wer noch eine Dachbox will, dann sehen wir hier jetzt, was ich halt hier natürlich wieder schade finde bei Mercedes, auch zu dem Preis, zu dem ich gleich noch komme, dass wir hier keine elektrische Heckklappe haben. Ich hätte mir auch tatsächlich elektrische Türen gewünscht. Irgendwie so, ich weiß nicht, für einen Mercedes wäre das schon nicht schlecht. Boah, verdammt. Wäre fast auf die Visage gegangen. Wir haben hier einen Kofferraum, der normalerweise an die 500 Liter fasst, wenn alle Sitze sozusagen zur Verfügung stehen. Wenn man runterklappt, ist natürlich mehr irgendwas mit 1900 Litern, also ordentlich Stauvolumen. Denn so hat man hier dieses Modul. Und bevor ich euch dieses zeige, möchte ich euch in diesem Video endlich mit Link unten in der Beschreibungsbox, hoffentlich, es ist jetzt ein Spießrutenlauf für mich, denn wo ich jetzt noch filme, habe ich den Link noch nicht. Aber wenn das Video jetzt online geht, schon hoffe ich nämlich den Juice Booster 3R. Endlich zeige ich ihn euch und das ist ein ganz wichtiges Thema bei diesem Auto, der Juice Booster 3R. Denn der Juice Booster 3R ist ja eine mobile Ladelösung und das ist jetzt das, worauf viele schon gewartet haben. Denn, und dafür gehen wir noch mal vor, bevor wir uns nach vorne, bevor wir uns damit beschäftigen, also mit diesem Modulaufbau. Denn der Wagen hat einen, ich weiß gar nicht, ich habe den Schlüssel, glaube ich, nicht da, einen Nasenlader. Wir haben ja nämlich über das Thema Laden überhaupt noch nicht gesprochen. Nee, das war die Motorhaube. Ja, jetzt hat er den richtigen Knopf, habe ich jetzt entdeckt, ist aufgegangen. Ja, sehr schön. Gut, können wir auch noch mal einen Blick, wenn euch das interessiert, in den Motorraum werfen, aber da vergisst es. Da ist sowieso kein Frunk. Ich möchte hier nicht rumeiern, dass ich ihn nicht aufkriege. Hier ist der Ladeanschluss, relativ untypisch auch für Mercedes, normalerweise ja hinten rechts. Und Gleichstrom, also an der Schnellladesäule kann er 80 kW und lädt damit von 10 auf 80 Prozent in 38 Minuten. Katastrophaler Wert unter normalen Umständen hier okay, weil ich glaube, dieser obligatorische Ladestop mit Family, wie gesagt, man fährt mit diesem Auto nicht so lang schnell und wenn man es mal tut, kann man mit 38 Minuten dann leben. Aber vergesst nicht, 38 Minuten sind ja relativ wenig kWh, dann die man nachlädt, weil dieses 10 bis 80 entspricht ja dann 10 bis 80 auf Basis des kleinen 45 kWh Akkus. Die gute Nachricht ist, womit ich auf den Juice Booster komme, mit dem Auto ist man ja doch schon mal irgendwie vielleicht, dass man steht und in dem Auto schläft, das zeige ich euch gleich, erst recht natürlich beim Marco Polo drüben und dann möchte man laden. Und das Tolle ist, weil eben Kooperation mit Renault, kann dieses Auto serienmäßig 22 kW laden und das ist schon ziemlich cool. Ich habe nur so kalte Finger gerade, ich kriege den Reißverschluss nicht so. Und damit könnt ihr diesen Akku in zwei Stunden wieder vollladen. Wir wissen, Juice Booster ist kein Schnapper, aber es ist halt ein Schweizer Produkt und hat jetzt endlich App-Anbindung und ihr seht schon, wie klein der ist. Es ist die kleinste und leichteste momentan verfügbare Ladelösung auf dem Markt. Ihr habt die App-Anbindung, ihr habt die Temperaturfunktionalität, minus 30, plus 50 Grad und könnt den Wagen dann damit über den entsprechenden, zum Beispiel roten Adapter mit 11 kW dann laden, tatsächlich, weil der Juice Booster 3R kann keine 22 kW. Wenn ihr den Wagen mit 22 kW laden können wollt, dann müsst ihr den Juice Booster 2 nehmen. Den gibt es natürlich nach wie vor. Ich mache noch eine separate Produktvorstellung mit dem Gerät, damit ihr wisst, was der kann. Unten in der Beschreibungsbox verlinke ich euch den. Also das ist schon mal cool, wenn ihr das mit den 11 kW macht, dann dauert das so an die vier Stunden, dass der Wagen geladen ist. Das liegt dann halt auch daran, dass irgendwo natürlich die kleine Größe realisiert werden musste und deswegen gehen halt die 22 kW nicht. So, jetzt macht Mercedes Schubladendenken salonfähig. Warum Schubladendenken? Weil wir einmal das hier haben. Das ist eine Kühlbox. Diese Kühlbox, da musst du, glaube ich, auf die Seite kommen, weil sie sich von hier öffnen lässt. Die Kühlbox in Litern weiß ich es nicht, aber hier kann man zum Beispiel Getränke tiefkühlen, Eiswürfel, solche Geschichten. Vielleicht Eis für den Sommer. Ich denke da auch an den Ausflug an den See oder so, irgendwie in die Berge. Also jetzt nicht so irgendwie Megatouren, sondern dass man mit der Family einfach mal rausfährt und dann hier so kühle Getränke drin hat. Hat einen sozusagen elektrischen Support, wie auch hier eine elektrische Pumpe für das Wasser. Ja, das heißt, man kann hier sogar abwaschen oder generell halt einfach diese Funktion nutzen und man muss da auf Platz achten. Deswegen denkt man sich, wie viel Wasser soll denn da schon reinpassen? Ja, das kann man so ausdrücken sozusagen und dann hat man hier so ein größeres Gefäß. Natürlich hat man hier keinen Frischwasser- und Schmutzwasserkontainer, sondern einfach nur das und dann müsst ihr es wegkippen. Und wenn ihr es wegräumen wollt, dann drückt ihr es einfach wieder so zusammen. Man hat hier auch diese Nut für diese Kanten, sodass das dann hier so einrasten kann. Picobello schiebt es runter. Hier ist ein Frischwassertank, der fasst 15 Liter und da könnt ihr dann abwaschen oder wie ihr gerade lustig seid. Hier hat man noch ein Behältnis und hier hat man natürlich auch nochmal Stauraum hier und hier. Hier kann man zum Beispiel bis zu 1,5 Liter Wasserflaschen reinstellen. Dann machen wir das mal wieder zu. Dieses Modul, wie gesagt, dazu bestellbar, aber natürlich kommt er nicht automatisch damit, weil es ist ja eigentlich ein PKW. Wird so, ich vermute mal, da konnte man noch keine Preise nennen, so 3.000, 4.000 Euro kosten. Dieses Modul dazu. Das ist dann dieser Kasten bis zu der Rücksitzbank, der dann dazu kommt. Und dann hat man hier natürlich auch diese Soft-Close-Mechanik, haben wir jetzt gerade schon gesehen. Und dann noch diese Seite natürlich, wo ein kleiner Gaskocher ist. Hier kann man dann hier so die Gaskartusche reintun. Dann gehe ich mal hier so rüber. So, zack. Gaskartusche. Und dann kann man hier irgendwie was kochen. Und man hat ja auch ein Dach über dem Kopf. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist das Praktische. Also selbst ein romantisch verregneter Tag fällt hier nicht ins Wasser, weil man hier steht und hier das machen kann. Und dann geht man vor. Und jetzt wird es interessant. Und wir machen das mal anders in der Reihenfolge. Wir setzen uns erst hinten rein, gucken uns das an, beziehungsweise die Funktionalität. Und dann gucken wir mal vorne, weil die Fahrerkabine ist natürlich auch interessant, was euch da erwartet. Und hierfür öffne ich mal diese Welt und zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Natürlich, weil das ein Pkw ist, muss man hier erstmal die Sitze nach vorne ziehen. Was direkt mal auffällt, wir haben Isofix-Punkte hier vorne. Wir haben Isofix-Punkte hinten zwei. Das heißt, drei Kindersitze mit Isofix-Station können hier befestigt werden. Das ist gut. Ich finde es super, dass Mercedes daran gedacht hat, auch vorne was hinzumachen, weil wir reden ja hier über Familie. Selbst wenn nicht fürs Camping, aber über Familie. Ich brauche auch drei Isofix-Punkte. Dann kippt man den Sitz so nach vorne. Das mache ich auch mal auf der anderen Seite. Das sollte man vielleicht auch eher in der Regel zu zweit machen und nicht alleine, weil, das werdet ihr gleich sehen, warum. Ich versuche es aber trotzdem, das hinzubekommen. So. Und zwar klappt man dann die Sitze nach vorne. So. Dann auch auf der Seite. Mal schauen, ob das hier so Länge und Kraft mäßig ausreicht, dass ich das hinkriege. Jep. Kraft brauchte ich dazu eigentlich gar nicht. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, ein Bett zu gestalten oder hier hinten das rauszunehmen, was ihr hier seht. Weil das ist ein Verstauraum für diesen Tisch und diese Stühle. Also das alles, was ihr hier seht, kann hinter der Rücksitzbank, die ich gerade nach vorne geklappt habe, verstaut werden. Zack, zusammen, richtig im Camping-Modus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat eine gute Anmutung so von der Qualität her. Ist solides Zeug. Und das passt da rein. Das heißt, ihr könnt auch so Outdoor-Geschichten machen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte diese ganze Nummer innen haben, dann könnt ihr das natürlich auch machen, indem ihr diesen Tisch hier, also das ist derselbe Tisch, den gibt es nur einmal im Auto. Und den könnt ihr entweder so außen aufstellen oder ihr nehmt das hier so raus. Das hat der Vorgänger nicht gut reingetan. Das ist jetzt nicht meine Schuld. Dann hat man hier dieses Tischbein. Sozusagen nicht Fischbein, sondern Tischbein. Und dazu geht der Francesco schon in die richtige Position. Muss man natürlich hier nochmal nach hinten verschieben. Oder man kann es auch so eigentlich reintun. Das hat dann hier diesen Mechanismus. Hier ist dann dieser Stern. Und dann müsst ihr es halt so irgendwie so einrasten lassen. Also reindrehen. Und schon ist das Tischbein drauf. Und dann wiederum war das wie, dann kommt hier der Tisch. Genau, der Tisch, der ist nicht abhängig von der hinteren Konstruktion. Den kann man dann hier einfach so drauf tun. Zack, einfach so fertig draufdrücken. Und dann habt ihr hier den Tisch. Natürlich mit hochgeklappten Sitzen, damit ihr sozusagen Indoor-Essen trinken könnt. Ziemlich cool, oder? Und die Sitze, die muss man dann natürlich noch ein bisschen nach hinten machen, damit man so einen Widerstand hat, damit der Tisch dann nicht wackelt. Also der wackelt dann nicht. Ja, das ist so die Idee fürs Drinnen-Genießen. Aber dann nur für zwei Personen. Weil da vorne kann niemand sitzen. Gut, drei Personen theoretisch. Weil hier könnten jetzt natürlich auch drei Personen sitzen. Aber der mittlere Sitz, da muss man schon wirklich sehr, sehr zierlich sein. Also eher für zwei Personen. So zwei Personen-Romantik. So, dann klappen wir das Ganze jetzt wieder runter. Nehmen diesen Tisch raus. Und ich zeige euch die weitere Funktionalität der ganzen Nummer hier. Für all diejenigen, die an diesem Modul interessiert sind. Ich packe das jetzt mal auch. Da packen wir es einfach mal wieder zurück. Ich muss das auch mal lernen, dass ich Sachen zurück packe. Francesco sagt immer, ich bin so unordentlich. Stimmt's? Ne. Da siehst du, ich räume schön auf. Trotz dessen, dass mich das wichtige Videozeit kostet. Aber das zeigt euch ja auch, wie easy oder wie schwierig etwas ist. Und in diesem Fall ist es tatsächlich nicht schwierig. So. Zack. Das Tischbein kommt mal her. Nur damit ihr es wisst. Das fällt natürlich normalerweise nicht raus. Wenn man diese Tischplatte rauszieht, das hat hier jemand falsch reingetan. Deswegen ist dieses Tischbein rausgefallen. Das ist normalerweise jetzt nicht so stümpehaft. Keine Sorge. Und dann kommt jetzt das Spektakel mit dieser Tischkonstruktion, die eigentlich keine Tischkonstruktion ist, sondern vielmehr eine Bettkonstruktion. Kannst du bitte den blauen Hebel ziehen? Schaffst du das mit der Kamera? Das ist das, was ich gemeint habe. Man braucht zwei Hände, zwei Menschen. Weil so weit komme ich nicht rüber. Wenn man das aber gemacht hat, schaut mal her. Ist das cool oder ist das cool? Ihr habt hier ein Bett mit sogar dem Komfortfeature, dass man hier halt so Federelemente hat. Und dann zieht man einfach nur die Matratzen vor. Ja, so. Diese muss man hier dann so ein bisschen drehen noch. Und hat hier seine persönliche Schlafmöglichkeit, was ja im Elektrobereich, muss ich euch nicht sagen, salonfähig geworden ist. Wir schlafen im Elektroauto. Soll ich mich drauflegen? Soll ich es den Leuten zeigen? Okay. Dann bleib da, wo du bist. Ich steige von hier hinten drauf. Aber natürlich bitte nicht auf die Heckstoßstange. Ja, also man muss hier schon gute Skills haben. Ein bisschen so Ballett hätte nicht geschadet, glaube ich. Ja, und dann kann ich hier so zum Beispiel, mach mal mein Mikro ab, Bauch schlafen. Hört man mich noch? Ja. Also ich könnte hier auf dem Bauch schlafen. Das sind, glaube ich, zwei Meter, aber es wird knapp. Also wenn mein Kopf hier oben ist, meine Füße hängen schon fast runter. So, ne? Aber es geht. Und es geht auch zu zweit. Kommt halt auch drauf an, ob man neben der Person, neben der man liegt, schlafen will oder nicht. Wenn man es will, ist das doch schon recht angenehm. Also hier würde auf jeden Fall J-Lo neben mir reinpassen. So, genau. So viel dazu. Jetzt habt ihr es gesehen. Jetzt kriege ich wieder raus. Francesco bleibt da. Also ihr habt gesehen, das Ganze ist ziemlich unkompliziert zu machen. Allerdings würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr nach hinten aussteigen, weil hinten die Stoßstange ist und beim raussteigen sehe ich das ja nicht mehr und steige dann auf die schöne lackierte Stoßstange drauf. Hier spüre ich ja, wenn ich auf die Trittfläche gehe. So, genau. Das ist ein bisschen so Amateur-Style, aber ihr habt es gesehen. So, ziemlich live. Ich mache das auch deswegen live, damit ihr sehen könnt, wie das halt funktioniert. Und es war auch wirklich gemütlich durch diese Federelemente hier unten. So, jetzt haben wir das gesehen. Jetzt kümmern wir uns mal vorne um den Cockpit-Bereich. Da, wo Daddy sitzt oder Mami. Hier hinten ist ja eher so der Freizeit-Bereich. Vorsicht beim Hochklappen. Schaut mal. Das darf nicht den Finger einklemmen, wenn ihr es mal ausprobiert. Kann wehtun. So. Zack. Und dann auch nochmal bitte ziehen, Monsieur. Merci beaucoup. Dann schieben wir das rein. Zack. Also wirklich sehr clevere und simple Lösung. Aber hier spricht auch ein Camping-Rookie. Also ich bin nicht besonders erfahren bei sowas. Und man muss auch nichts ziehen, sondern einfach nur hochklappen. Das geht auch ziemlich easy. Okay. Dann haben wir das gemacht. Jetzt gehen wir nach vorne und gucken uns noch an, was uns da erwartet. Und dann gehen wir zum Marco Polo. Der Wow-Effekt entsteht hier durch das Wow. Wir haben viele Ablagefächer und wir haben viel Platz. Als durch Materialanmutung oder Auswahl. Jetzt ist das Radio gerade angegangen. Das wollen wir nicht. Weil, wie Francesco gerade schon gesagt hat, Wow. Wie hast du gesagt? Was für eine Party? Plastik-Party. Plastik-Party. Ja. Wir merken hier auch einige Sachen aus dem Hause Renault. Der Gangwahlhebel zum Beispiel. Wir haben das ja normalerweise hinter dem Lenker. Oder ja, hinter dem Lenker beim Mercedes. Das hier erinnert stark an Renault. Und das hier. Ansonsten hat man hier aber schon drauf geachtet, den Mercedes-Kunden abzuholen. Man hat hier ein gigantisches Display eingebaut. Dieses hat 24 Zoll. Nein, natürlich nicht. Also wirklich ein sehr kleines Display. Dafür haben wir aber das MBUX. Also alles, was halt die Funktionalität, Laderouten, Filter und sowas. Da ist Mercedes ganz vorne mit dabei. Was heißt mit dabei? Ich finde, momentan ist MBUX das beste System, das es gibt. Allerdings sehr klein dargestellt. Hier die EQ-spezifischen Geschichten. Wir wissen ja schon, was das alles kann. Allerdings diese Kante hier bedeutet, dass ich hier manchmal leider auf die Kante tippe, anstatt auf das Display. So, Reaktionszeit ganz gut. Navigation super. Also das kann ich euch jetzt aus Erfahrung sagen, aber es ist schon ein sehr kleines Display. Das ist alles sehr auf Pragmatik. Wir haben hier einen analogen Tacho. Kennen wir vom EQV. Man hat hier gesagt, ja, man hat hier halt extra auf diese Kategorie Fahrzeug, bla bla bla. Ich finde, es ist überholt. Ich möchte einen digitalen Tacho. Möchte ich auch im EQV. Kriege ich auch da nicht für 100K. Oder mehr als 100K. Dafür habe ich aber ein schönes Lenkrad. Definitiv schöner, als du das jetzt bei Renault kriegen würdest. Und natürlich das hier, dieses Bedienfeld, das finde ich sehr schön. Das ist halt hier so schon wie bei einer E-Klasse oder S-Klasse. Finde ich schön. Die Bedieneinheit gefällt mir. Das Leder gefällt mir auch sehr gut. Das hier ist Plastik. Ist es aber auch bei einem EQS oder EQE. Lediglich hier haben wir hier dieses Mikrofaserzeug. Das fühlt sich sehr schön an, aber das ist auch das Einzige, wo man eine Haptikverliebtheit befriedigen kann. Boah, habe ich das schön gesagt. Ansonsten, Hartplastik. Und wie hart? Hartplastik. 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 Ja, ist natürlich der Zweckdienlichkeit gut. Die Kiddies zerkratzen das Ganze nicht. Aber du hast hier auch die, wie der Francesco sagt, Hartplastik-Party in der Tür. Letzten Endes bis auf die Armablage. Und alles, was um die Armablage herum ist, ist auch dieses Mikrofaser. Ansonsten sehr viel Hartplastik. Aber wie gesagt, das stört, ich weiß nicht, schreibt in die Kommentare, stört euch das als Kunde dieses Autos. Vielleicht stört euch das nur wegen des Preises. Zu dem kommen wir noch. Wir haben hier große Ablageflächer. Nicht Flächer, sondern Fächer. Hier oben sieht man, sieht der Francesco sogar besser als ich, weil ich da mein Auge jetzt nicht hintun kann. So, man hat hier einen Haltegriff. Also man hat hier letzten Endes wieder mal auf die Haltegriffe verzichtet, wie so häufig momentan bei Mercedes. Aber das hat man geschickt hier eingebaut. Hinten hat man sie ja, wie ihr sehen könnt. Also, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich mache mal den Sitz nach vorne in meine Driver's Position, damit wir noch gucken können, wie ich hinter mir selber sitze, wie es da Platz gibt. So, dann haben wir das. Und ja, so sitze ich hier und habe meinen Arbeitsplatz sozusagen. Mittelarmlehne, bisschen Stauvolumen. So, brauchst gar nicht länger darauf einzugehen. So schaut es aus. Hier unten ist das Handy. Ach ja, und die App. Wir haben ja auch eine App-Anbindung, weil es ja ein Mercedes ist. Die schaut so aus. Kann ich euch zufällig zeigen, weil ich ja meine habe. Hier gibt es sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Ladestatus. So könnt ihr alles Mögliche einstellen in der Mercedes-App. So hier vor Klimatisierung, Parküberwachung. Je nachdem natürlich, was das Auto dann auch an Funktionalität bietet. So schaut es dann hier so aus. Fahrzeug finden, lalala. All diese ganzen Geschichten. Navigation könnt ihr Ziele ans Auto senden. Schauen, wo ihr gerade selber seid. Tippitoppi. Also die App ist schon wirklich gut. Arbeitet auch wirklich zuverlässig, was ja nicht immer so des deutschen Herstellers aushängeschild war. Getränkehalter haben wir hier unten. So, hier nochmal. Dann noch diese Anti-Rutschmatte fürs Handy. USB-C-Anschlüsse zwei Stück. Ein 12-Volt-Anschluss und dann war es das eigentlich auch schon. Gehen wir nach hinten und dann beschäftigen wir uns mit dem Auto da drüben mit dem Marco Polo. Ja, ein Raumwunder ist er ja irgendwie nicht. Also ich sitze jetzt hier hinter mir selber. Ihr wisst, ich bin großer Mercedes-Fan. Ich fahre ja selber Mercedes. Mercedes-Fan geworden, weil früher war ich ja kein Mercedes-Fahrer. Aber ich muss halt schon kritisieren, was es zu kritisieren gibt. Und das ist so klar. Man sitzt nicht mit 1,88 hinter 1,88, aber das ist schon eng. Man hat hier noch einen Tischlein, das man auch klappen kann. Aber ich denke ja auch heute ins Kind, das über Isofix befestigt ist. Passt hier überhaupt eine Isofix-Station hin und dann die Beine des Kindes, dass es ja streckt, weil sie ja noch zu kurz sind, um sie zu beugen? Ich weiß nicht. Ja, also ein dritter Kindersitz passt hier auch in die Mitte nicht, letzten Endes. Ich will euch aber jetzt nicht mehr weiter langweilen mit so Kindersitz-Themen. Hier haben wir natürlich ein massiges Platz. Hier haben wir noch so einen Haldegriff und einen Tisch und eine Lasche. Aber es ist hier nicht so wahnsinnig viel Platz, wie ich mir das bei so einem Auto wünsche. Wo man sagt, das kauft man ja, um eben massig Platz zu haben. Genau, so viel dazu. Also man sitzt auch sehr aufrecht. Ich weiß nicht. Ob da nicht irgendwas anderes von, wenn es ein Mercedes sein soll, die bessere Lösung ist vielleicht. Dann halt aber ohne Camping-Modul natürlich EQB oder so. Sieht halt schon schicker aus, so von innen und alles. Muss man sich halt überlegen. So, und jetzt tue ich mal so, als würde ich mich nach vorne setzen. Und zwar, weil ich im nächsten Take leider von vorne aus steige, weil wir den vorher gefilmt haben. Ihr wisst gleich, was ich meine. Beschäftigen wir uns jetzt mal mit dem Marco Polo. Und das ist doch schon eine ziemlich spannende Sache mit dem Marco Polo, wie ich finde. Denn seit dieser Geschichte, die uns seit 2020 heimgesucht hat, gibt es ein extrem ausgeprägtes Interesse an solchen Fahrzeugen. Was ist jetzt am Marco Polo so besonders? Also wie die Ente am Anfang ja schon gesagt hat, hat man hier die Möglichkeit, ein Auto mit Aufstelldach zu fahren, das aber trotzdem in eine Duplex-Garage passt. Es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass Menschen, die ein Elektroauto fahren, auch eine Duplex-Garage haben. Es gibt ja dafür Lösungen, wie zum Beispiel eben den Juice Booster 3R, den du auch als Wallbox nutzen kannst, eben mit der App-Anbindung. Dass du guckst, wie viel habe ich geladen. Wie gesagt, ich mache nochmal ein separates Vorstellungsvideo vom Juice Booster 3R. Könnt ihr also als Wallbox benutzen und den hängt ihr halt dann an die Wand, auch in der Duplex und könnt dann dementsprechend euren Umständen entsprechend dann das Verlängerungskabel auch dazu nutzen. Und es ist auch kein Problem, dass der Nachbar zum Beispiel die Duplex-Geschichte hoch und runter fährt. Es geht auch mit Wallbox, allerdings ist es natürlich angenehmer, wenn man eine Garage hat, eine normale, wie ich jetzt zum Beispiel. Wenn man da mit der Wallbox arbeiten möchte und ihr seid neu auf dem Gebiet, guckt euch mal die KEBA Green Edition an. Das ist meine Wallbox, die verlinke ich euch auch unten in der Beschreibungsbox und ihr könnt auch super kombinieren, denn die könnt ihr privat nutzen. Aber auch eine Dienstwagen-Wallbox, die KEBA anbietet, also zu Hause laden, über den Arbeitgeber abrechnen. Ist eine ziemlich coole Nummer, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Die ist auch deswegen Green Edition, weil sie CO2-neutral produziert und auch transportiert wird. Und coole Nummer, mit der lade ich jetzt seit August oder so habe ich die. Und dann natürlich auch hier über vorne. Wenn ihr jetzt sagt, nicht den, sondern den, das ist zum Beispiel ein gutes Konzept jetzt so für Mitarbeiter, irgendwie als Mitarbeiterfahrzeug, generell als Elektroauto, dann wiederum könnt ihr mal Envision Digital abchecken, denn die beraten euch, was Infrastruktur angeht am Arbeitsplatz. Im Sinne von, welche Wallbox für welchen Mitarbeiter braucht ihr eine Authentifizierungsmöglichkeit oder nicht. Oder lädt ihr einfach das, was auf Nacken der Firma geht sozusagen. Envision Digital verlinke ich euch unten in der Beschreibungsbox, die ja ab 2025 eine Gigafactory bauen in Amerika und die Batterien liefern. Envision Digital für, also die Hochvolt-Akkus, für Mercedes, tatsächlich für die EQ-Modelle. Die sind ja ganz fett im Windrad-Business und sowas. Gut, jetzt beschäftigen wir uns mit dem. Also wir haben hier den langen Radstand, das heißt 4,90 Meter. Damit ist er ungefähr so lang wie ein Audi e-tron, so von der Länge her. Hat auch einen wesentlich längeren Radstand, das sieht man ja auch sofort. Allein schon diese Schiene hier ist, glaube ich, länger, wenn ich mich nicht irre. Oder ist es nur das Türmodul? Ja, das Türmodul. Also dieser mittlere Teil ist definitiv länger, das sieht man richtig. Und dann habe ich hier was richtig Cooles für euch, nämlich schaut mal, wenn ihr so sagt, hey Moment mal, ich fahre so einen Campingwagen und dann glotzt mir hier jeder rein, wie ich hier sitze und mit Jennifer Lopez knutsche. Oder vielleicht meinen Tee mache, alleine irgendwie komplett frustriert hinten sitze und mir so denke so, warum abonnieren die Leute meinen Kanal nicht? Warum kaufen sie keinen Juice Buster? Warum meckern sie andauernd über Werbung? Gott sei Dank habe ich mit diesem Problem nicht zu kämpfen. Aber falls, dann würde ich mich hier hinten reinsetzen und einfach nur so deprimiert in mein Glas schauen. Dafür gibt es aber einen Trick, den dann Mercedes einführen möchte. Und das ist dieser hier. Ja, pass auf. Wie geht denn das? Ja, da habe ich die Fresse zu voll genommen. Ja, hier schau, man muss halt wissen, welchen Knopf man drückt. Ist das cool oder ist das cool? Ja, so Maybach-Style. Du kannst also das Ganze auf Knopfdruck so verdunkeln, dass du wirklich überhaupt nicht mehr rein siehst. Das ist jetzt nicht so wie, ich gucke mal rein, was ist denn da so über verdunkeln? Du siehst wirklich gar nichts. Im Marginal sehe ich ein Licht, aber du könntest keinesfalls sehen, wer da drin sitzt oder Wasser macht. Dann kannst du das auch aufmachen, um die Kiddies zu sehen oder wieder zu. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Machen wir es einfach so, während ich rede, mal gucken, wann es kaputt geht. Nein, natürlich nicht. Ich habe keinen Bock, das Fenster zu bezahlen. Das hintere Fenster ist dann davon natürlich nicht betroffen. Und jetzt guckt euch mal diese wunderschöne Welt des Marco Polo an. Übrigens, das verdunkelt automatisch, wenn ich die Tür aufmache. Schaut mal, wie schön das gemacht ist. Dieses Holz, dieses Plastik. Also es gibt ja Plastik und es gibt Plastik. Das ist wirklich sehr hochwertig verarbeitet. Also es fühlt sich wirklich toll an. Was haben wir denn hier alles? Also, wir haben hier eine Spüle. Allerdings in diesem Fall mit grauem und weißem Tank. Habe ich gelernt. Da bin ich jetzt ein richtiger Pro. Das bedeutet ein Frischwassertank und ein Schmutzwassertank. Dann haben wir hier, wir tun mal das Gekrempel weg. Ich habe hier so ein Dinner mit J-Lo gehabt und so. Ich hatte so gesagt, so der Ben Affleck, der taugt mir nicht mehr. Der ist nicht so erfolgreich wie du, Car Maniac. So, hat sie gesagt. Du Arsch. Warte mal so, pass auf. Hier ist auch die Kühlbox. Die geht ziemlich tief rein. Da kannst du auch diverse Dinge kühlen. Und es riecht so ein bisschen nach Boot. Ja klar, weil Boote auch ähnliche Materialien hernehmen. Also, hier kannst du kühlen. Hier kannst du abwaschen. Und hier kannst du kochen. Das ist ein Induktionskochfeld, welches du hier siehst. Und das kannst du dann natürlich auch reinschieben, damit du hier besser durchlaufen kannst. Ich finde das mega. Auch mit diesem Boden finde ich echt richtig, richtig schick. Ach, Francesco, weißt du, was ich vergessen habe? Ich habe vergessen, den Zuschauern zu sagen, was der gute Kollege da hinten kostet. Komm mal hier auf mich so, richtig close up. Der da drüben, habe ich ja nicht gesagt, den Preis. Ja, das ist halt hier der Wärmungstropfen, muss man ganz klar sagen. Ist schon viel, was wir heutzutage für Autos zahlen. Ab 49.000 Euro geht es los. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es gibt aber keine Motorvarianten oder Akku-Varianten mehr. Das heißt, nur die eine. Ich vermute mal, so ein Zehner geht es noch nach oben. Konnte man mir jetzt auch keine Aussage darüber geben, wie viel. Aber ja, so voll ausgestattet Premium Plus, so wie der da jetzt, wie er da steht mit den Felgen und so, wird er wahrscheinlich auf 60K hinauslaufen. Und das ist natürlich, wie? Tod. Tod, okay. Ich hätte gesagt viel, aber okay, er sagt Tod. Ja, findest du 60K einfach wegen der Akkugröße, oder? Ja. Das Gesamtpaket. Ja. Ist halt die Akkugröße, Analog-Tacho und sowas, ich weiß nicht. Aber es findet wieder sein Klientel, gar keine Frage. Jetzt gehen wir mal hier hinter. Und ich bin ja auch begeistert davon, also davon hier jetzt speziell, weil, wie gesagt, Aufstelldach, Duplex-Garage, du fährst das runter. Und das Ding ist halt so niedrig, wie ein PKW niedrig ist. Hier sehen wir diese Tischkonzeption. Und das ist auch eigentlich ganz cool. Allerdings musst du halt immer ein bisschen um die Ecke denken. Dieses Fahrzeug, auch wenn man sagt, ja, für vier Personen mit Kiddies, eher nicht. Weil, bedenkt doch mal, wenn ihr dieses Setup jetzt habt, ihr müsst ja die hintere Rücksitzbank umklappen, damit ihr das hier alles so habt. So zum Beispiel, dass eben, kannst du dort bleiben, Francesco, dass jetzt zum Beispiel ein Passagier hierhin reinklettert und dann hier sitzt am Tisch, am besten der Größte, das wäre ich jetzt, also von der Körpergröße her in der Familie, weil ich habe hier Platz nach oben und ich kann hier sitzen. Wenn ich da hingehe, dann haben wir ein Problemchen. Und dieses Problemchen ist nämlich, dass es dort hinten doch schon relativ eng ist. Das heißt, Eltern, die sich zu zweit dorthin setzen, mal abgesehen davon, dass das super scheiße aussieht, wie ich mich hier reinknödle, Eltern hätten dort nicht unbedingt die Möglichkeit zu sitzen. Und ich sage euch auch, warum. Weil, also ich passe jetzt mit meinen Schenkeln rein. Ich habe, ich bringe jetzt schon 107 Kilo auf die Waage, Leute. Shame on me. Und, also schaut mal, meine Schulter ist hier hinten, weil ich möchte ja hier noch jemandem Platz machen. Der könnte aber auch nur, vor allem wenn es J-Lo wäre, nur mit einem halben Popo hier drauf sitzen. Und wenn ich hier noch mehr Platz machen möchte, oder ihm oder wer auch immer da sitzt, also das geht schon gar nicht mehr. Das heißt, ich muss so sitzen. Und dann wird es hier neben mir eng. Mit Teller geht das schon. Aber wo sitzt die vierte Person? Da sitzt jetzt noch ein Kind. Hier meinetwegen irgendwie irgendjemand. Das sind drei. Dann haben wir aber kein Gepäck. Weil wo ist das Gepäck? Also das ist halt auch so eine Sache. Deswegen, so für Kurzkamping-Geschichten ist das super, weil du hier eine super krass clevere Lösung hast, die sie auf die Beine gestellt haben. Mit Brabus. Steht da. Habe ich so gesehen. Unten sieht man das. Ja, genau. Was steht da? Brabus was? Automotive. Brabus Automotive. Ist das eine coole so Wochenendgeschichte. Aber du wirst hier halt dann nicht groß mit Familie verreisen können, weil du brauchst das Gepäck. Oder du nutzt deinen Anhänger. Das geht dann natürlich auch. Jetzt werden wir mal das hier alles wegstellen. Und dann zeige ich euch nämlich die Bett-Funktionalität. Denn die Cleverness hört hier ja nicht auf, erfreulicherweise. Man hat hier weitergedacht. Und für all diejenigen, also wie gesagt, die sagen, kann ich hier sitzen? Ja, kannst du. Hier gibt es noch eine Schublade, die du rausziehst. Und die ist dafür da, um den Tisch zu stabilisieren. Weil wenn ich diese Schublade reinschiebe, dann ist dieser Tisch ein bisschen wackelig. Und würde ich mich draufstützen, breche ich hier das Gelenk oder das Scharnier. Also ist es besser, wenn du diese Schublade rausziehst zum Stabilisieren. Und trotzdem passen noch meine Beine rein. Wer aber korpulenter ist, und da gibt es, glaube ich, den einen oder anderen in der Community. Denn schließlich würdet ihr mich ja nicht anschreiben, wann kommen die 4XL und 5XL-Police in den Online-Shop. Haben wir jetzt extra für euch gemacht, für die bigger guys and girls. Aber es gibt halt einige. Also ich trage XL bei 107 Kilo. Wer 4XL oder 5XL trägt, der wird hier einfach definitiv nicht runterpassen. Machen wir uns nichts vor. Also schon ein bisschen korpulenter als ich würde hier nicht mehr reinpassen. Einfach aufgrund der Beingeschichte. So, okay. Nehmen wir dieses wunderschöne Besteck weg, in schwarz. Mal gucken, ich erinnere mich dran, dass ich ein bisschen was mitgehen lasse hier dann. Vor allem dieses Glas, aus dem ich vorhin getrunken habe. Schaut mal, diese ist auch schick, ne? So aus Holz. Sehr, sehr schick, ne? Wie hat Mercedes vorhin gesagt, das perfekte Auto, also der EQT, um dann unter der Woche das Kind zum Klavierunterricht zu bringen. Weil der Mercedes-Kunde spielt Klavier. Und dann natürlich am nächsten Tag zum Cricket. Und nicht zu vergessen Ballett. Ballett und natürlich Wasserballett. Das darf an der Stelle nicht fehlen. Ist das fies, dass ich mich darüber lustig gemacht habe? Nein. Nein? Okay. So, hier haben wir auch einen Herd. Also einen Kocher mit Gaskartusche. Ja? Aber wir haben ja auch vorne den Induktions. Das heißt, wir können hier zwei kochen. Und so gegenseitig, so ganz romantisch. So, ne? Während der eine da was kocht und der andere hier was kocht. Ich denke dabei natürlich nicht an dich. Weil ich möchte dich bei so einer Geschichte nicht mit dabei haben. Schade. So. Schade. Ach so, ja. Hier, es gibt natürlich hier dann noch, das ist noch nicht fertig. Weil es wird natürlich mit so einer Sicherungsfunktion ausgestattet sein, dass wenn du irgendwie bergauf oder bergab stehst, dass das Ganze nicht hin und her rutscht. Und natürlich auch du das nicht im angeschalteten Zustand hier wieder drunter drücken kannst. Weil dann hast du eine Sitzheizung, die du nicht haben möchtest. Hier. Was macht man denn hier? Schaut mal hier. Also ihr müsst die Schublade rausziehen. So. Dann kommt der Francesco wieder mal hinter. Denn wir haben hier auch noch weitere Elemente, die als Ergänzungselemente für die Matratze dienen. Einmal das hier. Das steckt man hier so einfach drauf. Nut auf Kante. Und dann dieses Ding hier. So. Perfekte Ergänzung. So. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir das hier. Schaut mal her. Das ist schon cool, ne? Dass man die Konsole hier so runterfährt. Und dann hat man hier natürlich diese Matratzen-Elemente. Mit deren Hilfe man eine 2 Meter mal 1 Meter 15 große Liegefläche erzeugt. Das heißt, es gibt noch ein Mittelteil. Weil ihr seht ja, in der Mitte ist jetzt frei. Und da gibt es noch ein Mittelteil dann bei der Serienvariante. Um eben auszugleichen. Damit ihr die Matratze drauf tun könnt. Und dann alles, was von hier hinten ist, bis da nach vorne zu den Sitzen. Ohne, dass man da die Sitze umklappen muss, hat man 2 Meter mal 1 Meter 15 Matratzenfläche. So. Das war aber noch nicht alles. Dann bleib mal hier und schwenk mal mit der Kamera nach oben, mein Lieber. Denn wir haben ja hier noch die Schlafoption für oben. Und schlafen können hier tatsächlich. Ich habe die Flasche umgekippt. Ich muss mich immer aufstellen. Immer kippen mir die Flaschen um. Also, du kannst hier theoretisch zu viert schlafen. Weil hier schlafen 2, geht ja bei der Größe, gehen auch 2 größere Menschen. Und hier oben schlafen ja auch nochmal 2. Und das Tolle ist, du hast hier halt einmal dieses Aufstelldach. Ganz normal. Wer Aufstelldächer kennt. Und wir haben hier USB-Anschlüsse und Licht. Also, das ist jetzt nicht für uns zum Filmen reingemacht worden. Sondern es gibt hier Licht. Und dann wird es in der finalen Version so aussehen, dass du das natürlich so einfach runterziehst. Und dann hast du hier die Schlaffläche. Auch mit diesem Matratzenartigen, was wir da schon gesehen haben. Und kannst hier auch oben liegen. Ist auch abenteuerlich. Gib mal die Kamera her. Ich nehme die mal und dann zeige ich den Zuschauern das. Vielleicht stellst du sie mir nur noch kurz ein. So, genau. Sehr schön. Damit der Francesco sich hier nicht verbiegen muss. So schaut das aus. Dann könnt ihr hier oben sein. Hier oben schlafen. Ich finde es oben cooler als unten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und für Kiddies ist hier natürlich auch dementsprechend mehr Platz. Ja. Um oben zu schlafen ist auch so eine Gewichtssache. Ja. 5XL, 4XL Leute. Zu zweit da oben. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilo das aushält. So, das. Und dann gibt es hier natürlich noch ein Element, um das Ganze abzuschließen. Wahrscheinlich so, dass es dann hier nochmal runterklappt. Also von oben. Ihr klettert hier hoch. Klappt das dann runter. Und dann habt ihr eine durchgehende Matratzenfläche. Und das richtig coole ist, Francesco, geh mal nach hinten. Tun wir mal so, als wärst du der Sonnenaufgang oder Untergang. Und ich habe hier dann so dieses... Ich habe halt so in meiner Fantasie so J.Lo in der Lobby kennengelernt, im Hotel. Hab so gesagt, hey J.Lo, I have... I have an EQT. Dann mach mal den Kofferraumdeckel zu. So, so richtig tot. Genau. Seht ihr, was der Francesco alles kann? Filmen und Kofferraumdeckel zumachen. Dann sagt er so, hey, I have an EQT, dieser Marco Polo. So, come with me and spend some beautiful hours in the car. Dann sagt sie so, oh, Papi. See, Papi. Und dann kommt sie mit. Und dann hat man hier so die Romantik, dass man über dieses Ding, man kann den Reißverschluss abmachen, aber ich weiß schon wieder, dass ich ihn nicht wieder reinkriege. Kannst du von hier hier liegen und den Sonnenauf- oder Untergang genießen. Beispiel, ne, Küste Portugal irgendwo auf der Klippe. Richtig geil. Übernachtest du hier und guckst wo raus, aber kommt darauf an, von wo du nach Portugal fährst mit den 45 Kilowattstunden. Aber sagen wir mal so, München Allianz Arena, dieser Hügel da hinten, da kannst du dann auf die Autobahn gucken, von hier so. Schaust, look J.Lo, this is our Autobahn, where you can drive, sometimes a bit faster. But this car only drive, 134 Kilometer an hour. So, genau. Ist cool, ne? Also, das finde ich schon schick. Damit kann man halt, damit macht man halt Kiddies glücklich fürs Wochenende, wie gesagt. Also, ich muss echt mich komplett aus dem Trizeps halten, damit ich raussteigen kann. Sieht super unelegant aus. Francesco war so nett, das auch noch zu filmen. Und dann natürlich leider keine elektrische Tür, aber so, dieses Konzept gefällt mir. Hey, du brutaler Mistkerl, du hast das Solardach vergessen, Mann. Stimmt, das habe ich vergessen, das ist wohl wahr. Vielen Dank, liebe Ente, an dieser Stelle. Wir haben hier ein Solarmodul oben auf diesem Aufstelldach. Und das hat 100 Watt Leistung und versorgt dann hier diese ganze Geschichte noch mit, wenn es natürlich Sonne gibt. Und das ist eine ziemlich coole Idee. Die sehen wir jetzt nicht, weil es weit oben ist. Und weil Konzept kann ich das jetzt nicht runterdrücken. Aber es gibt ein Solarmodul auf dem Dach. Und das ist auch richtig coole Geschichte, wenn du eben keinen Wohntrailer hinter dir herziehen willst. Da wird es auch bald ein Video bei mir geben, wo ich mit meiner kleinen Tochter Celeste für ein Wochenende in den Wald fahre, mit einem Anhänger, einem ganz besonderen Anhänger, am Elektroauto dran. Und welches Elektroauto das wird, das wird auch eine Überraschung sein. Das werdet ihr auch sehen. Und dann hat man aber auf dieses Angehänge verzichtet, sondern hat hier diese Aufstelldachfunktion. Coole Nummer, wie ich finde. Man hat sehr viel rausgeholt, auch auf eine sehr elegante Art und Weise aus dieser Karosserieform. Aber wir haben hier natürlich die Aspekte, die wir nicht außer Acht lassen können. Kleiner Akku. Gut, die Nachladegeschwindigkeit sehe ich jetzt nicht problematisch. Eigentlich ist es nur der kleine Akku und der hohe Preis. Also hier wirst du safe 70K hinlegen. Aber hey, ich meine, die Campingfreunde, die blättern auch mal gut und gerne 400.000, 500.000 Euro für einen Camper hin, wie es scheint. Also von dem her dürfte das nicht die Bremse sein bei der ganzen Sache. Schick sieht er echt aus. Gefällt er dir optisch? Auch wenn du diese Form nicht magst. Ich weiß das ja. Sieht cool aus, ne? Ist echt schick. Ist ein schickes Auto für den Alltag. Auch der vielleicht nicht. Diese Farbe, dieses Blau, gefällt mir irgendwie nicht. Das hat so irgendwie was von, ich weiß nicht, sieht aus wie so ein Nutzfahrzeug. Aber wenn man den so grau macht wie den, mega. Mit den Heckleuchten richtig schön. Aber ihr müsst wissen, ihr kommt damit nicht weit. Im Alltag, schöne Lösung für die Family. Hinten finde ich es halt ein bisschen eng, wenn man sitzt. Aber sonst, ja, ihr müsst halt den Geldbeutel haben. Und ihr müsst wissen, momentan zahlt ihr tatsächlich wirklich sehr viel für alles. Auch für so ein Auto. 49.000. Ich hätte mir gewünscht, dass der ein Zehner günstiger wäre tatsächlich. Weil für die Masse ist das halt so wieder. Welcher Durchschnittsfamilie mit durchschnittlichem Einkommen, wo die Frau dann auch in Mutterschaftsurlaub geht und dann wie viel, 60% ihres Gehaltes kriegt, sollte sie sich das leisten können. Es ist halt so der Punkt. Es gibt die, die es sich leisten können, aber es ist wieder kein Massenprodukt. Und vergesst nicht, Juice Booster 3R unten in der Beschreibungsbox. Video darüber folgt, was der so alles kann. Und natürlich auch vergesst nicht beim E-Bart anzurufen, wenn ihr Mercedes-Modelle oder Skoda ausprobieren möchtet. Denn Skoda hat er ja auch. Und wenn der dann dort ist und er will schnell dort stehen, da könnt ihr euch sicher sein, dann könnt ihr ihn einfach mal ausprobieren. Sagt dem E-Bart, ihr kommt vom Car Maniac und dann kriegt ihr ihn mal für ein Wochenende mit und könnt die Variabilität ausprobieren, mit oder ohne diese Modulbox da hinten, wie ihr auch lustig seid. Alle Infos unten in der Beschreibungsbox, alles zum Nachlesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, das würde mich freuen. Einfach ein bisschen Kanalwachstum reinbringen. Wir sind jetzt bei 260.000 Abos. Vielen Dank für euer Vertrauen natürlich an dieser Stelle. Und dann bis zum nächsten Mal, auch im Online-Shop könnt ihr vorbeischauen. Denn wie gesagt, wir haben jetzt auch 4XL, 5XL und Standpunkt jetzt hat der Robert aus dem Online-Shop die ganze Geschichte nochmal um vier Tage verlängert. Und dann könnt ihr auch nochmal mit Rabatt einkaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ente, willst du auch nochmal Ciao sagen? Nein, Mann, ich hab keinen Bock. Unsympathische Ente.